Schnecken im Garten. Dieses Wundermittel haben sie garantiert zu Hause. Jeder Gartenbesitzer kennt es. Kaum ist die grüne Blätterpracht da, wird sie auch schon von Schnecken zerfressen. Doch ein Hausmittel aus der Küche verspricht Abhilfe. Schnecken lieben Haferflocken. Nicht nur im Gemüsebeet können Schnecken großen Schaden anrichten. Wer zur Bekämpfung auf die chemische Keule verzichten möchte, kann zu Haferflocken greifen. Denn das Getreide lieben die Schnecken noch mehr als das Blattwerk. Haferschleim statt Schneckenschleim. Füllen Sie die Haferflocken in eine flache Schale und vermengen Sie sie mit Wasser. Die Schnecken werden sich nun mit Vorliebe auf den Haferschleim stürzen. In der Schale können Sie die Tiere schließlich absammeln und die Pflanzen sind gerettet. Wichtig ist, früh zu handeln. Der Haferflockenköder sollte bereits vorbereitet werden, sobald die ersten silbrigen Schleimspuren auf den Pflanzen zu sehen sind. Schleimspuren Schleimspuren